Hi Leute, es ist Jedard hier. Jetzt sind wir in der zweiten Folge von zwei Folgen. In der ersten Folge habe ich euch die besten Black Friday Deals für die iOS Musikproduktion gezeigt. Das Video verlinke ich euch hier oben. Und zwar geht es in diesem Video um die Desktop und Laptop Plugins und DHWs, die jetzt in dieser Woche vergünstigt sind. Und zwar hat unter anderem ImageLine FL Studio Package insgesamt günstiger gemacht. Also es gibt echt richtig gute Deals von ImageLine. Ansonsten auch natürlich die 50% Native Instrument Deals, die werden wir uns anschauen. Plugin Boutique hat selber auch noch ein paar gute Deals am Start. Viel Spaß mit der heutigen Folge und natürlich mit dem Sparen Leute, aber lasst uns gleich mal reinschauen. Wir gehen jetzt gleich mal auf den Laptop und gucken uns direkt mal die Deals an. Also die Deals, die ich euch in diesem Video empfehle, sind im Prinzip 80-90% davon nutze ich selber schon. Oder nutze Produkte von diesen Firmen, sagen wir es mal so. Das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht genutzt habe, ist tatsächlich Sublab. Dazu kommen wir später. Und ich habe dann noch ein Hardware-Deal zum Schluss noch mit reingepackt, den ich ganz interessant finde. Für zum Beispiel Leute, die auch iOS-Musikproduktion nutzen und auch quasi auf dem Laptop-Desktop produzieren. Auch zum Beispiel Logic oder sowas nutzen oder Ableton. Da habe ich zum Schluss noch einen guten Deal gefunden bei Amazon. Ansonsten, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, da ich ja auch auf dem Kanal jetzt seit ein, zwei Monaten auch Maschine-Plus-Videos auch mache. Und auch jahrelang Produkte von Native Instruments nutze. Will ich natürlich als erstes auf die Cyber Season 50% off von Native Instruments hinweisen. 190 plus Produkte steht jetzt hier dran. Was leider jetzt nicht in diesen 190 Produkten sind, das sind nicht die kompletten Bundles, wie jetzt hier mit Complete 13. Die Deals für Complete 13 zum Beispiel werden dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder kommen bei Summer of Sounds. Da ist es dann so, dass man dann die ganzen Bundles gut upgraden kann. Ansonsten sind aber hier 190 plus Produkte, die jetzt mit 50% rabattiert sind. Und was ich mir da schon länger quasi rausgeguckt hatte, war Cloud Supply. Und das ist jetzt halt gerade auf 23,88 und das werde ich mir auf jeden Fall heute mal schnappen. Das legen wir uns jetzt mal direkt in unseren Warenkorb. In den Warenkorb, jawohl. Ansonsten gibt es da wirklich ganz, ganz viele Programme oder auch Soundpacks. Hier gibt es echt sehr gute Deals. Was ich zum Beispiel auch empfehlen kann, sind jetzt gerade so diese Session Guitarist Electric Sunburst oder auch Session Guitarist Picked Acoustic Guitars. Die Gitarreninstrumente von Native Instruments, die sind auch richtig gut. Natürlich Noir oder alle möglichen Klavier, Piano-Software-Programme von Native Instruments sind top. Waren top sind immer noch top. Von den neueren Expansions, was ich zum Beispiel auch sehr mag, Glow-Fi Glow, mag ich sehr. Faded Reels, auch richtig cool. Bei Straylight zum Beispiel muss ich sagen, da ich sowieso vorhabe, nächstes Jahr auf Komplett 13 zu gehen. Es gibt ein paar Softwares, die hier für mich jetzt aktuell noch zu teuer werden, weil ich weiß, okay, ich kann da jetzt ein halbes Jahr drauf warten und hole mir dann das Bundle nächstes Jahr. Aber ansonsten auch The Stereotypes zum Beispiel, das kann ich sehr empfehlen. Genau, was sowieso richtig oder was auch natürlich richtig cool ist, die ganzen Play-Series Plugins wie Analog Dreams, Hybrid Keys, die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Stöbert einfach mal ein bisschen auf der Seite, Leute, die kann ich auf jeden Fall, also die Deals von Native Instruments, die finde ich auf jeden Fall super, 50%. Kann man auf jeden Fall sparen. Die Cyber Season Sale, wie es auch hier schon steht, das Angebot endet in 12 Tagen, also es geht vom 18. November bis zum 7. Dezember. Ist jetzt nicht nur auf diese Black Friday Cyber Week gemünzt, sondern geht noch darüber hinaus oder hat auch schon früher vorher angefangen. Checkt auf jeden Fall die Seite von Native Instruments.com Die zweite Seite oder die zweite Plugin-Seite, die ich euch vorstellen will mit ihren Black Friday Deals, die ich immer wieder auch nutze und richtig gut finde. In Shaper Box 2, da gibt es auch einen Black Friday Sale, kostet 79 Euro und man kann 60% sparen zu den Einzelpreisen von diesen ganzen Plugins, die in dieser Shaper Box 2 Bundle-Plugin-Geschichte drin sind. Also normalerweise kostet es 194. Cable Guys sind im Endeffekt auch die Macher von Halftime und Halftime wurde ja echt in jeder Trap-Produktion mehr oder weniger genutzt. Das ist im Prinzip sowas wie Crossbit auf Steroiden. Da habe ich mir letztes Jahr Halftime gekauft, war dann so überzeugt und habe dann mal auf die Seite noch weitergeschaut, was die noch alles haben. Und ja, mit Shaper Box 2 kann man das Arsenal quasi echt richtig, richtig gut erweitern. Da sind dann zum Beispiel Plugins drin wie Time Shaper 2, Volume Shaper 6, Filter Shaper, Core 2, Pen Shaper 3, Width Shaper 2, Crush Shaper. Richtig, richtig gut, um auch kreativ arbeiten zu können. Im Endeffekt für mich der Crossbit Killer, sagen wir es mal so. Gut, mein Deal Nummer 3. Mein Tipp Nummer 3 ist von Excellent Audio und zwar RC20 Retro Color RC20. Wie es ja die ganzen Produzenten, die auch Lo-Fi Beats zum Beispiel machen, nutzen. Da habe ich schon länger ein Auge drauf gehabt, war mir bis jetzt leider immer noch zu teuer. Ich habe auf Black Friday gewartet. Brauchen wir nicht viel sagen, es gibt zig Tutorials auf YouTube. Zieht es euch rein. Zieht euch zum Beispiel auch mal den Vergleich von Sanjay C rein. Der hat da einige Lo-Fi-Effekt-Plugins mal geprüft und hat da ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich dann auch mal auf hier oben und so. Und dann könnt ihr euch das Video mal reinziehen und dementsprechend, wenn euch das dann gefällt, natürlich kaufen. Add to Cart wird auf jeden Fall gekauft. Gut, ansonsten ein Plugin, das ich auch vergünstigt gekauft hatte. Nicht zu Black Friday, sondern unterm Jahr gab es glaube ich auch mal so ein Deal bei Serato. Und zwar Serato Sample, Black Friday 50% off. Und Serato Sample ist halt echt ein richtig cooles Plugin. Da kann man zum Beispiel Samples, ist im Endeffekt ein Sample Plugin, mit dem man ganz toll Samples bearbeiten kann. Zum Beispiel auch über die Klaviatur dann verteilt spielen kann. Und hat eine der besten, wenn nicht sogar die beste Time-Stretching-Technologie, wie es hier auch steht. Ist wirklich sehr einfach auch zum Benutzen. Man kann da auch sagen, okay, pick mir zum Beispiel aus diesem Sample, was jetzt hier schon dargestellt wird, pick mir da einfach mal random die ganzen Samples, die jetzt hier unten auf die Tasten verteilt werden. Und da kann ich mir quasi jede Taste drücken und anhören. Und wenn mir das Sample gefällt, dann kann ich das mit einem Favoriten-Standchen zum Beispiel markieren und so weiter. Sodass ich zum Beispiel später auch in der Maschine oder wo auch immer das so legen kann, dass meine 16 Pads, die ich jetzt habe, mit diesem Standchen übereinstimmen. Und ich kann dann pro Pad dann quasi ein Sample triggern. Ich kann zum Beispiel in dieser Software auch die BPM ändern. Ich kann die Tonhöhe verändern. Also richtig, richtig gutes Plugin. Kann ich nur empfehlen, 50% gerade vergünstigt. Wer sich jemal überlegt hatte, das Ding zu kaufen, dann ist jetzt natürlich der beste Zeitpunkt, dieses Plugin zu kaufen. Einer der Hersteller, die jedes Jahr eigentlich sehr gute Deals haben, ist iZotope. Und zwar habe ich jetzt bei mir, wenn ich jetzt mal reinschaue, wenn ich jetzt mal schaue bei Account Overview, da habe ich mir damals dieses Holiday Bundle geholt mit Ozone Elements, Nectar Elements, Neutron Elements, Trash 2, Iris 2 und Break Tweaker Expanded. Da gibt es jetzt auch die Möglichkeiten, zum Beispiel halt auf der Seite selber kriegt man so Loyalty Offers. Und da habe ich zum Beispiel dieses Tonal Balance Bundle als Loyalty Offer. Und kann da jetzt von, also kann da jetzt anstatt 699 Dollar, quasi 499 Dollar auf das Bundle upgraden. Und wenn ich da jetzt mal reinschaue, was da halt alles drin ist, dann sind da halt so Sachen drin wie Ozone 9 Advanced, Tonal Balance, Control 2, Neutron 3 Advanced, Nectar 3 Plus. Mit denen bin ich erstmal in den nächsten Jahren glücklich, würde ich behaupten. Der normale Black Friday Deal wäre jetzt zum Beispiel bei 299 Dollar. Und ich habe es jetzt für 199 angeboten bekommen. Hat aber zum Beispiel letztes Jahr schon dieses Holiday Bundle auch für 50 Dollar gekauft. Sprich, ich habe hier auch schon nochmal 50 Dollar mehr gespart. Wer quasi da mal einsteigen will in die ganze Materie, der kann sich dann so wie ich dieses Isotope Holiday Bundle zum Beispiel auf Plugin Boutique holen für 49 Dollar war es glaube ich. Und kann dann später auch upgraden. Schaut euch einfach mal auf der Seite um. Richtig cooles Zeug. Gut. Was ich jetzt selber noch nicht benutzt habe, aber jetzt schon von vielen YouTube Produzenten noch mitgekriegt habe, Alex Rome zum Beispiel, dieses Sublab. Und hier gibt es zum Beispiel bei Plugin Boutique das Sublab als Complete Bundle für 41,72 Euro. Und wenn man zum Beispiel mal auf die Sublab Seite schaut und geht in den Shop rein, da sieht man, dass Sublab selber kostet hier schon 40 Dollar. Und diese ganzen Sublab Packs, wo jetzt zum Beispiel auch Leute wie D-Cap oder so gemacht haben, diese Pack Bundles, sieben Stück, sind da halt in diesem Bundle schon mit dabei. Also wenn ich die hier alle kaufen würde, dann wird es mich viel, viel teurer kommen. Also um genau zu sein, haben sie gesagt, normalerweise kostet es hier 109,86 Dollar und jetzt halt 41,72 Euro. Das werde ich mir auf jeden Fall auch holen und werde da auch später das irgendwann mal auf dem Kanal mal vorstellen, was es kann, wie die Sounds sich zum Beispiel anhören. Man kann es mal gegenüberstellen, dann zum Beispiel mit Substance von Output. Und wenn wir schon mal bei Output sind, dann kann ich auch gleich auf die nächsten Deals gehen. Und zwar Output hat auch 35% auf alle Software, die sie anbieten, auch Bundlepreise quasi. Und ich habe es auch so gemacht, dass ich mir nach und nach die Output-Plugins, wie zum Beispiel Exhale oder auch Analog Strings, Substance, Analog Press & Wins und so weiter, die habe ich mir nach und nach immer bei so Bundles gekauft oder man kriegt auch unter dem Jahr so Output-Bundle-Deals oder halt wie jetzt die Black Friday-Deals. Und da kann man sich dann die Plugins von Output, die auch richtig gut sind, also sind auch die Macher von Output Arcade natürlich, auch ein richtig geiles Plugin, stelle ich auch an der anderen Stelle mal auf dem Kanal vor, später im Jahr. Ja, Output macht sehr gute Plugins mit einer ganz guten grafischen Oberfläche, also ganz ungewohnt auch, wie die da an Sachen rangehen. Exhale nutzen halt auch so Leute wie Diplo zum Beispiel in ihren Produktionen. A Vocal Engine for Today's Modern Sound und ja, es hat auf jeden Fall den Sound oder die Vocal Sounds der letzten Jahre eigentlich so geprägt. Kann ich sehr empfehlen. Schaut euch auf der Seite von Output.com um, also richtig gutes Zeug, was die da haben. Dann sind wir schon eigentlich bei meinem Bonus-Tipp und zwar ein Hardware-Tipp. Ich habe ja auf meinem Kanal schon ein Video gemacht mit dem Novation Launchpad X. Das Video verlinke ich mal hier oben. Und Novation hat selber gerade für ihre Launchpad-Reihe einen Black Friday Sale. Und zwar haben die jetzt das Launchpad Pro MK3 von 350 auf 275 runtergesetzt. Das Launchpad X, was ich vorgestellt hatte, von 200 auf 150 runtergesetzt. Und das Launchpad Mini MK3 von 110 auf 90 runtergesetzt. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, das Launchpad X nimmt jetzt eigentlich auf meinem Schreibtisch sehr viel Platz ein, da ich auch die Maschine Plus zum Beispiel neben mir stehen habe. Habe ich die mehr und mehr weniger genutzt und habe die mittlerweile schon verkauft. Aber um zum Beispiel jetzt auch das wiederum in Beatmaker 3 und in Logic Pro X in Zukunft weiterhin zu nutzen, habe ich gedacht, das Launchpad Mini MK3 hole ich mir jetzt in diesem Black Friday Deal. Habe dann aber noch zufälligerweise auf Amazon geschaut. Und da kostet das Teil jetzt gerade momentan 69 Euro. Und ja, für mich eigentlich ein No-Brainer, wie die Amerikaner so schön sagen. Brauche ich nicht lange überlegen. Das Ding wird einfach gekauft. Und man hat quasi sein mobiles Setup mit dabei. Hat mehr oder weniger die meisten Controls, die man auch benötigt. Oder zumindest in dem Layout, wie ich es nutze, kann ich es top gebrauchen. Deswegen, das Teil wird jetzt hier noch gekauft. Schaut euch auch überhaupt mal bei den Amazon Black Friday Deals um. Bei Musikinstrumenten zum Beispiel, da gibt es hier und da auch sehr gute Deals. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, weil ich jetzt hier heute nur die Sachen vorstellen wollte. Oder zumindest die meisten Sachen, die ich selber nutze oder gesehen habe, dass sie wirklich taugen. Das war es dann heute schon mit den Black Friday Deals Teil 2. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da stelle ich euch zwei Expansion Kits vor von Native Instruments. Bleibt gespannt, Leute. Das war es schon wieder mit der heutigen Episode. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Deals zeigen. Falls ihr selber noch Tipps habt für gute Black Friday Deals in der Musikproduktion oder für Musikproduktionssoftware, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare, Leute. Und ich schaue die mir auch gerne an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, Leute. Und drückt auch auf die Glocke, damit ihr beim nächsten Video, was ich hochladen, auch benachrichtigt werdet. Weiterhin viel Spaß beim Sparen und bei der Musikproduktion, Leute. Bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. Kleinkaufen, Kleinkaufen, Kleinkaufen. Ciao, ciao, ciao. Kleinkaufen, 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 Kle